Wir sehen, wir brauchen Biodiversität als Lebensgrundlage und wir sehen in den letzten Jahren, dass es einen Rückgang gibt, sei es bei den Vögeln, aber auch bei den Insekten. Unser Ziel, unser Ansatz hier in Kirchkatzhausen ist es, wie können wir Methoden entwickeln, die es uns erlauben, auch zusammen im Zuckerrübenanbau Biodiversität zu steigern. Hierzu testen wir verschiedene Blühmischungen und wir lassen das Ganze auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt wissenschaftlich begleiten. Der Zweck von Blühstreifen ist, sie bieten Lebensraum. Lebensraum für Insekten. Insekten liefern einen wichtigen Beitrag. Sie sind zum Teil Bestäuber, sie sind aber auch Nützlinge und können natürlicherweise Schädlinge kontrollieren. Und nicht zuletzt leisten sie auch einen guten Beitrag oder können einen guten Beitrag leisten in unserem Zuckerrübenanbau. Deshalb wollen wir sie gezielt auch in unseren Zuckerrüben mit anbauen. Auf kleineren Betrieben mag es durchaus ausreichend sein, einen solchen Blühstreifen am Feldrand anzulegen. Für uns hier mit relativ großen Flächen war die Frage, wie können wir diese Blühstreifen im Feld integrieren. Und deshalb sind wir hier bewusst auch in die Fläche gegangen und haben dort unsere Blühstreifen angelegt. Wir sehen schon in ersten Ergebnissen, dass diese Blühstreifen einen deutlichen Mehrwert bringen. Genauso wie schon langjährig angelegte Biotope haben wir auch hier schon einen sehr starken Anstieg von Insekten, aber auch Vögeln. Viele Landwirte machen das gerne und auch freiwillig, dass sie diese Blühstreifen an ihren Feldrändern oder auch in ihren Feldern anlegen. Die Frage ist, was ist uns als Gesellschaft diese Arbeit wert, die die Landwirte in diese Blühstreifen reinstecken. Und nicht zuletzt müssen wir uns alle auch überlegen, wie viele solcher Blühstreifen können wir uns leisten, wenn wir das Ziel haben, uns selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Für mich ist es wichtig, Wertschätzung zu bekommen. Wertschätzung für die Arbeit und auch für die Blühstreifen, die wir anlegen. Und nicht zuletzt geht es auch darum, dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet. Weil auf den Flächen, wo wir Blühflächen anlegen, können wir nichts ernten. Wir brauchen also einen Gegenwert für diese Leistung, die wir erbringen, um mehr Biodiversität zu schaffen.